Einen sehr schönen guten Abend auch von mir. Willkommen zu Explosiv, wie immer live aus Köln. Die Leverkusener Polizei staunte nicht schlecht, als sie in dieser Woche zwei frisierte Mofas aus dem Verkehr zog, die statt der erlaubten 25 Kilometer pro Stunde satte 130 kmh fuhren. Genau solche Heizer liebt der Sheriff gnadenlos, Polizist Hans Schmitz aus Mayen bei Koblenz. Schmitz ist sich ganz sicher, 90 Prozent der Zweiräder sind frisiert und damit unerlaubt. Unser Reporter Wolfram Kunig ist mit Sheriff gnadenlos auf die Pirsch gegangen und hat tatsächlich einige flüchtende Mofa-Frisöre ertappt. Dieser Jugendliche flüchtet mit seinem frisierten Mofa vor der Polizei. Er wusste ja, dass er kontrolliert werden sollte. Dann wird gewendet, dieses typische Fluchtverhalten. Diesen Jugendlichen hat die Polizei erwischt. Wie schnell ist er wirklich? Also bergrunter, übertreten die ganze Zeit. Da hab ich einmal 60 gepackt. Auf der Garten läuft das Ding mindestens 70. 70? Überhaupt nicht. Er ist immer im Einsatz in Mayen bei Koblenz. Und sein Name ist Programm. Sheriff gnadenlos wird er genannt. Und jeder Jugendliche, der einen Führerschein hat, kennt den Polizeioberkommissar, der eigentlich Hans Schmitz heißt. Sein Fachgebiet sind die Mofas und Kleinkrafträder. Wer seine Karre frisiert, der fürchtet den Sheriff und eigentlich fürchten ihn alle Jugendlichen. Sheriff gnadenlos auf Streife. Gerade erklärt er, was bei einer Verfolgungsfahrt zu beachten ist. Da rast plötzlich ein Mofa direkt an seinem Streifenwagen vorbei. Der Jugendliche gibt sofort Vollgas und Polizist Schmitz muss erst einmal wenden. Doch in diesem Gebiet kennt er jeden Schleichweg, jede Kreuzung. Und der Jugendliche hat Pech. Auf seiner Flucht fährt er direkt vor den Streifenwagen. Überrascht geht er auf. Ich wollte erst antäuschen, dass ich hochfahre, weil ich dachte, sie fahren jetzt auch hoch. Und dann habe ich gedreht und dann wollte ich geradeaus runter. Und dann warst du spät. Und dann waren sie gewendet, da waren sie doch schlau als ich. Seinen Roller, der eigentlich nur 25 Stundenkilometer schnell sein dürfte, hat Arthur in mühevoller Kleinarbeit selbst frisiert. Das hat ihn viel Zeit und knapp 500 Euro gekostet. Jetzt machen wir das Herz. Wie viel fährt er? 80. Das heißt, du bekommst eine Anzahl gegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, inklusive löschende Betriebserlaubnis, weil du ja Veränderungen vorgenommen hast. Hat man da gar kein schlechtes Gewissen? Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht. Und warum nicht? Ich weiß nicht. Wenn du jetzt andere gefährden würdest, wenn du andere umfahren würdest und du jetzt keinen Versicherungsschutz? Nee, mache ich bestimmt nicht. Ich versichere. Und langsam. Das Mofa ist ab sofort stillgelegt. Arthur bekommt eine Strafanzeige. Die Manipulation kostet ihn mindestens 150 Euro, zuzüglich der Kosten für das Zurückdrosseln des Rollers auf 25 Stundenkilometer. Die Polizisten sind noch nicht fertig mit Arthur. Da rast ein zweiter Roller den Berg herunter. Der Fahrer erkennt die Polizisten zögert Kurs und flüchtet dann. Ich kenne den nicht. Das ist doch dein Freund. Das ist doch gerade die Sache. Nee, weil der denselben Roller hat. Ich weiß nur, dass er auf der Realschule ist. Ich kenne den seiner ehrlich nicht. Pass mal auf. Will ich jetzt den Verdacht an der Straftat vor? Ja. Fahren ohne Fahrerlaubnis? Ja. Ich habe es gesehen. Ja, du hast gesehen. Wenn du weißt, wer es ist und es nicht sagst, könntest du in den Bereich kommen, dass du selber Strafvermachst. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt, weißt du, wer es ist und wer das mit dem Roller da gerade weggefahren ist? Nein. Oder kennst du den Roller? Ich kenne den Roller, aber ich kenne den Besitzer nicht. Doch Oberkommissar Schmitz hat das Kennzeichen erkannt. Nur Sekunden später wissen die Polizisten, wo der Halter wohnt. Die Jugendlichen meinen ja alle, wir hätten keine Ahnung oder wir bekämen sie nicht. Das geht zwar oft hundertmal gut, aber wie gesagt, das eine Mal haben wir sie dann und dann ist Hallen und Zähne knirschen. Zwei Minuten später. Hier wohnt der Besitzer des Rollers. Eine Nachbarin bestätigt, der Junge sei gerade nach Hause gekommen. Doch er öffnet die Tür nicht. Dann entdecken die Barnden den Roller, versteckt im Garten. Hier steht der Roller. Wie heißt der? Matthias. Matthias! Hallo! Schließlich gibt der Junge auf und kommt raus. Wenn du jetzt sagen würdest, ich sag gar nichts zu der Sache, hol mir einen Abschleppdienst. Und ich kann die Rechnung bezahlen. Oder zu, dann wird der noch teurer. Abschleppdienst, der holt den Roller, stellt den sicher und dann hol mir einen Gutachter. Und dann baut der den auseinander bis in kleinste. Das heißt, wenn du wirklich was manipuliert hast, tut er selbst in die Fallen. Das kostet nämlich rund 500 Euro. Das ist weggeschmissenes Geld. Wir kommen doch dahinter. Hast du jetzt was dran gemacht? Ja. Ja, klar. Die Mutter ist enttäuscht, dass ihr Matthias einen Roller frisiert. Das hätte sie nicht gedacht. Eigentlich sollte er dafür bestraft werden, dass er Dinge macht, wovon ich nichts weiß. Das hätte sie nicht gemacht.